Deutscher Fruchtpreis 2022 In diesem Markt macht es einfach Spaß einzukaufen, sich in der Obst- und Gemüseabteilung inspirieren zu lassen, notierte ein Mitglied der Fachjury nach dem Besuch im Rewe Center Bonn-Boyle. Hier steht der Kunde mit seinen Wünschen im Fokus. Seine Artikelwünsche, sein Informationsbedarf, seine Fragen an die Profis aus der Abteilung, all das wird in der Abteilung berücksichtigt. Man spürt, dass dies im Markt von allen Mitarbeitern verinnerlicht und gelebt wird, ist der Eindruck der Fruchtpreisjuroren. Das Rewe Center Bonn-Boyle ist mit 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche der größte Rewe-Markt in Nordrhein-Westfalen. Er hat schon lange eine spektakuläre Obst- und Gemüseabteilung, aber 2021 wurde hier noch einmal deutlich zugelegt. Auf 550 Quadratmetern Verkaufsfläche werden rund 500 Sorten Obst und Gemüse aufsehenerregend angeboten. Die ansprechenden Exotenaufbauten, einschließlich Flugmangos, machen Lust zuzugreifen. Die Verbundplatzierungen wurden ausgebaut, das Bio-Sortiment wurde flächenmäßig noch einmal erweitert. In der Convenience-Abteilung mit Showküche erleben die Kunden live, wie besondere Angebote zubereitet werden. Die Warenkunde-Informationen werden vor Ort individuell erstellt. Das steigert den Informationswert zu einzelnen Artikeln wie Radiccio, Shitake-Pilzen oder Kräuterseitlingen für Kunden deutlich. Dieses Engagement schlägt sich in den Zahlen nieder. Um knapp 24 Prozent wurde der Umsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Der Anteil am Gesamtumsatz Food beträgt über 23 Prozent. Die Flächenproduktivität liegt bei knapp 8.000 Euro pro Quadratmeter. Keine Frage, so sieht ein Siegermarkt aus. Der Deutsche Fruchtpreis im Jubiläumsjahr 2022 geht an die Obst- und Gemüseabteilung des Rewe-Centers Bonn-Beul. Herzlichen Glückwunsch an das Team um Marktleiter René Becker und Abteilungsleiter Vitali Leibert. Herzlichen Glückwunsch an die Obst- und Gemüseabteilung des Rewe-Centers Bonn-Beul.